Du musst mir aber versprechen, dass egal was ich dir verkaufe, du sehr gut darauf aufpassen wirst. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen die Verletzten zu versorgen. Was? Heute Morgen war sie schon wieder dabei, die Tore zu verteidigen? Was treibt dieses Mädchen nur an? Was? 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 Was ist das? Okay. 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 Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es muss getan werden, Schmied. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Erzähl es niemandem. Aber ich habe einen. Freunde, es tut mir leid. Sie leiden, Schmied. Helft uns. Mira, meine Liebe. Bitte vergib mir. Hedrick, hilf mir. Ich brauche mehr Zeit. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Ich brauche eure Hilfe, Hedrick. Ich bin auf der Suche nach Leorix Krone. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Heim des Weglagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Ich bin auf der Suche nach Leorix Krone. Diese Kreatur muss sterben. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Das war's. Meine Kraft wächst gewaltig. Die Kraft wächst. Ein echter Volltreffer. Wir brauchen mehr Zeit. In den letzten Tagen von König Leoryks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind bereit, alles niederzumähen Sie mögen vermodert und gebrechlich sein. Doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. König Leoryksiances Hier kommt euer Tod. Diese Kreatur wird sterben. Die 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 Kreatur wird sterben. Oh Gott. Das war's für heute. Ihr starrt! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Diese Kreatur muss sterben. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.